Wunderschönen guten Tag und ich begrüße euch ganz herzlich zu der ersten Folge Starbound. Äh, ja, Starbound kennt ihr vielleicht, ist ja nicht wie Terraria, ist quasi Terraria, nur mit Planeten und sowas. Muss ich jetzt nicht mehr erklären. Jetzt wundert ihr euch bestimmt, warum ist heute nicht der Anfang, biebapo, ne? Ich hab den Anfang teilweise übersprungen, weil der Tod langweilig ist. Die anderen haben gesagt, ich soll das also Thema versorgen, oh lol, die spielen Borderlands Cross. Jedenfalls haben die gesagt, dass ich das Thema jetzt planen soll, mache ich jetzt. Ja, ich hatte, ich hatte mal, ich hab mal wieder Bock auf Stammer, also hab das jetzt installiert gespielt, acht Stunden oder vier, ach, ist mir egal. Jetzt hab ich den Anfang gespielt, let's play das jetzt. Hey, habt ihr gemerkt, ich hab ein wunderschönes Mikro. Hallo. Ne? Wunderbar, ich hab, äh, ich spür mit Mods, mit den Workshop-Sachen. Ihr kennt man vielleicht daran. Ne? Und auch an einigen anderen Sachen werdet ihr wahrscheinlich auch noch merken. Jedenfalls bin ich mittlerweile so weit, dass ich, glaube ich, den ersten Post, den wir schon gemacht haben, und ich bis rum fliegen kann, Schiff repariert, aber das tut dann mal hier so ein ewig darunter. Du wollt ihr nicht sehen, das sag ich euch. Ihr wollt auch nicht wissen, wie viel Versuch ich dafür gebraucht habe. Jedenfalls bin ich schon auf so einer Galaxis geflogen. Oh, guck mal, ich spiele auch Borderlands. Hm. Da war ich schon. Ist scheiße. Da war ich auch. Ist auch scheiße. Jetzt fliege ich nochmal hier hin. Also ich versuche nur, meine Sachen aufzubauen, ne? Äh, mein Gebäude und rumzureißen. Aber mal gucken, was es daraus ergibt. Ja. Wir fliegen einfach mal zu dem, da es einfach mehr Sachen gibt. Äh, mein Fliegen. Ne? Ja. Ich kann euch mal zeigen, was ich schon so habe. Es ist nichts Besonderes. Ach ja, ich habe nur so ein sexy Austier. Ist nichts drin, nichts drin. Das da ist drin. Ich habe nämlich hier, hier, diesen, diesen, diesen. Das Ding da schon geupdatet. Da und da. Da wird einfach schnell abbaut. Und da glaube ich irgendwie, dass ich Wasserpache machen kann. Hm. Auch nichts drin. Was habt ihr gesehen? Ein paar Rohstoffe. Ich habe halt erstmal, äh, mein Nesterhaus aufgebaut. Also ich war heute absolut genius. Genau, ich habe mein Haus aufgebaut. Haben sie gedacht, jo, jetzt steht hi, jo. Ich kann direkt losfahren, ne. Bau mein Haus ab. Haben also alles hier hingepackt. Dann sagt die mir, jo, du kannst du nicht losfliegen. Heißt, mein ganzes Haus habe ich abgebaut. Dafür habe ich auch, jo, noch 10 Minuten, 20 Minuten. Okay, das ist natürlich nicht viel. Aber ich habe dafür auch ein bisschen gebraucht, um das komplette Haus abzubauen. Weil wir Pflanzen mitzunehmen. Alles, was da hier rumsteht, haben wir alles mitgenommen. Ui, das sieht geil aus. Schön grün. Hans-Jung ist auch okay. Genau, ich habe auch Top-Sprung, ne. Das ist halt alles schon mit den Anfangsachen drin. Hier Samus. Wui. He? Aber hier aufzubauen ist, glaube ich, zu grün. Oder zu pütz. Ja, herkunden das mal. Uh, das ist schon was. Guay. Ich sende nix. Hey, die, die bauen, die generieren schönere Häuser, als ich bauen kann. Ne, weil jetzt alles, hier einen Tisch, auf jeden Fall, einen Tisch selber machen kann. Kann dann jetzt erst in 5 Minuten tot langweilig werden. Es tut mir leid. Ist aber halt einfach so. Vielleicht kriege ich die anderen noch überredet, ob wir das irgendwie Multiplayer spielen können. Aber das Problem ist auch nicht, ich weiß nicht, ob man das Multiplayer spielt auf Servern und will ich halt nicht. Und ich bin jetzt so ein richtig Kiddy und wir bezahlen auch nicht für Server. Normalerweise. Außer heute hier spinnt ihr uns das. Ich will es bald, ne. Lacht euch, ich bin gerade bestimmt hart einab. Oh. Äh. Ja, ich hab halt hier so ein paar coole Waffen, ne. Ich glaub, wir sind nachdem, seitdem ich das letzte Mal das gespielt habe, da war es komplett anders. Jetzt gibt es ja auch andere Treibstoffe und sowas. Das kenne ich alles gar nicht. Jedenfalls sind die Waffen jetzt immer so Spezialfing. Ne, ganz mal langgefallen. Eieie, schade laut. Ganz mal langgefallen, ne. Irgendwann so ein Spezialfing. Ist jetzt bei dem hier das. So ein Messer ist das. Jesus, das ist das hier. Das ist nicht gut. Oh, da sollen Sachen drin nicht wieder rein. Nein, geht weg. Hört aus. Scheiße. Ah. Ne, irgendwie hab ich keine Chance. Never. Nein, 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 nein. Ich geh nicht abballern. Hier, da mit. Mit dem Raketen wir fahren. Bam. Kann ich mir jetzt 10 Jahre dauern, bis der halt weg ist. Nur natürlich, wenn wir es wieder aufladen. Ey, die war ich... Never. Jetzt geht eine Ewig, da, Mann. Doch, die ist nicht tot. Schlitz, 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 schlitz. Weiß nicht, die auch noch. Ich hab mich umgebracht. Medikid. Hyper. Wo steht denn sowas noch weg? Runter. Ta. Abgerippt. Ja, vielleicht mir du ein bisschen mithandelt. Ah, du Scheiße. Ah, du bist doch tot. Ah, du bist ja noch einer. Na, 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 na. Lass mich hier raus. Geh weg. Ah, da. Huh. Alter. Der Schlitzer. Uh. Einhand. Das hab ich schon irgendwo. Sieht aus wie eine Wassermelone. Okay. Was schießt das jetzt für eine Waffe? Wo ist die? Da. Was macht die? Schieß auf, sagt er. Ui. Ist hier ein Spezialeffekt? Nö. Ist schon langweilig. Huh, huh, huh. Ah, eine Biene. Ah. Ja, genau. Ihr seht, ich hab hier so einen komischen Blutmod. Ah ja. Huh. Hört mich an meinen Eiern. Oh. Ja. Hm. Habt ihr jetzt nicht gesehen? Also, die Sachen, die du so kriegst, in der, in der, in den Quests. Ich hab aber nur die nötigsten Sachen gemacht, teilweise. Geh weg, äh, wie schade machen die alle. Ja, ja, ich halt dich. Geh weg. Problem löst's. Planeten mag ich auch nicht. Ah, aggressive Viecher. Ganz schnell doch. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Hä? Ja, 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 das ist ein Maul. Hm. Hm. Ingemacht, das riecht, okay? Hm. Friukatun. Hm? Hiness Hiness Ui Hyper Yo lohnohmaus gut auf dem Planeten wieder ich impressed Huh alles aggressiv hinsichtlich noch mehr sind die freundlich Wrische HERck's gut Gut, gut, ich klammer. Oh oh, nicht gut. End not here. Der findet also end not here. Ich will als Spülbecken. Gefahr das mit. Dankeschön. Wenn es euch nicht interessiert, ist gut. Wenn ich das Haus abfackeln kann, ich will das Haus abfackeln. Dankeschön. Dann nehme ich mit. Ja. Boah. Wo ist er? Nee, Bett habe ich doch schon. Egal. Dankeschön. Der Timer, wie ihr gerade gehört habt. Die Zeit ist schon wieder um. In der ersten Folge. Trotzdem werde ich hier noch mal kurz kurz gesehen. Warte, oh, ein Gartenturm. Oh, Zaun. Dann nehme ich doch gerne mit. Komm, ne, ne, einfach mitnehmen. Oh, Spitzwörter. Ich will nichts mehr rein. Mach mal weg. Sieht scheiße aus, weg damit. Ja komm, dann ist auch erst mal die erste Folge vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich für's Zuschauen. Ja. Äh. Pff. Bis zur nächsten Folge. Hoffe ich. Bis dann. Ja. Tschüss. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020